Betrachten wir den Durchlauf eines Produktionsauftrags, der aus zwei Fertigungsaufträgen und einem Montageauftrag besteht etwas genauer. Zur Bearbeitung des Fertigungsauftrags 2 sind vier Arbeitsvorgänge an verschiedenen Arbeitssystemen erforderlich. Bei einer klassischen Losweisenfertigung wird der Auftrag nach Beendigung eines Arbeitsvorgangs und einer eventuellen Liegezeit am entsprechenden Arbeitssystem zum Folgearbeitssystem transportiert. Dort trifft der Auftrag in der Regel auf eine Warteschlange und muss somit warten, bis die vor ihm zu fertigenden Aufträge abgearbeitet sind. Sobald die Kapazitäten zur Bearbeitung des Auftrages frei sind, kann das Umrüsten der Betriebsmittel und die Bearbeitung des Auftrages erfolgen. Dieser Zyklus setzt sich fort, bis alle Arbeitsvorgänge durchlaufen sind. Als Durchlaufzeit für einen Arbeitsvorgang wird die Zeitspanne bezeichnet, der einen Auftrag von der Beendigung des vorhergehenden Arbeitsvorgangs bzw. vom Einstoßzeitpunkt des Auftrages bis zum Bearbeitungsende des betrachtenden Arbeitsvorgangs selbst benötigt. Entsprechend dieser Definition wird die Nachlegezeit ebenso wie die Transportzeit und die Vorlegezeit dem betrachtenden Arbeitsvorgang zugeordnet. Die genannten drei Zeitanteile werden zur Übergangszeit zusammengefasst. Sie stellen neben der Durchführungszeit, die sich aus der Summe von Rüst- und Bearbeitungszeit ergibt, die zweite Hauptkomponente der Durchlaufzeit dar. Man bezeichnet diese Art der zeitlichen Darstellung eines einzelnen Arbeitsvorgangs als arbeitsvorgangsbezogenes eindimensionales Durchlaufelement.